Ja, wir haben noch nicht allzu viel geschafft und ich suche immer noch Löwen. Gut, ich brauche ja noch ein Weibchen brauche ich noch. So, dann knallen wir hier mal auf die Schnelle mal so ein Gehege hin für einen Löwen. Und Fass, hier kommt Glas. Ey, Spür, bitte. Ich muss auch für die Bildung was tun, definitiv. Ja, komm. Zack, fünf Meter hoch, scheißen egal. So, ja, komische Dampflauf muss ich auch noch machen. Ja, Barriere, einfach irgendwohin, irgendwohin so einen komischen Zugang setzen. Hier, gute Reise, Löwe, einmal kurz nach den Löwen gucken. Löwe, westafrikanischer Löwe. Ja, so ein Männchen da. Ja, Männchen kann ich gerade nicht gebrauchen. Eine Art. Glaub ich auch was für Löwen? Ja, hier, schon mal alles vorbereiten. Wasser. Aber muss nicht schön sein, muss nur funktionieren. So. Haben wir jetzt ein Löwen, ein Löwenweibchen. Das tut weh. Das tut, äh, zwei Minuten noch. Hahaha. Käse. Okay. Können wir Tieren loswerden? Kriege. Geh mal hier. Geh mal hier. Raus. Aha. Das wird nix. Drei Minuten. Ich brauche noch. Oh, das wird nix. Oh nein. Wir müssen abwarten. Wir hauen mal den Löwen jetzt hier rein. Wie hier ne Timberwolf. Bitteschön. Äh, ja. Ich bin immer noch der Meinung, wir werden gleich neu anfangen müssen. Können wir den Löwen nicht leisten. Wird wahnsinnig. Äh. Timberwolf. Wo hauen wir den jetzt hin? Einfach irgendwo. Muss repariert werden. So. Hm. 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 So. Ja, die ist schon wieder weg. Okay, wir machen jetzt mal den Timberwolf. Ist auch der Meinung, ich hole mir noch ein Forschungszentrum. Ach komm, eins geht noch. Ähm. Ah, komm. Das. Na. So gehst du nicht. Wir machen das so. Wir machen das so. Mitarbeiterbereich. Zack. Oh. Forschung. Ähm. Dich. Okay. hier ist am verhungern und forschen wir hier ist am verhungern grisley erst mal hier und hier das ist egal fürs wohlbefinden dann müssen sie nicht unbedingt haben so was worauf sich freuen können die lege sie zu kriegt preise sehr günstig sind 15 hier kommen die wahl rein erst mal die ganze tiere reinhauen hier man ist ein geiz von müssen so ein geiz von machen dahin dahin gut zugang da reinkommen diese ja wir müssen jetzt gas geben überall ein dann brauchen wir bildung ja welche strom lautsprecher menschen löwe habe ich denn jetzt eine löwen haben wir jetzt oh gott da habe ich es gesehen es geht ich muss schon dampflocken müssen vielleicht wenn ich grüß dich doch doch grüß da hin jetzt kann man den da oben erstmal bisschen ausstatten da kann man jetzt löwen jetzt jetzt wichtig männlichen ok ich brauche noch hier weibchen wie hier und noch zwei männliche so leider niedrigen wohlbefinden was hast du für sorgen temperatur ähm jetzt körper sagen wir 20 grad passt das gut hätten wir das hätten wir das ähm ja die haben wir jetzt eigentlich schon acht hier noch ein paar ok äh barriere immer wolf irgendein unterschlupf hier komm ja natürlich ein wohlbefinden einfach hätten platz oh ja besser wir müssen ja jetzt noch in den arbeitsbereich rein dorthin wie weit sind wir jetzt 966 85 müssen wir das kommt von selbst bildungsbewertung geht automatisch hoch diese komische bahn hier was habt ihr jetzt die brauchen ja so elendig viel ähm wir sagen einfach mal alle tiere ähm handelszittert können wir hier die hygiäne reinschmeißen müsste ja an sich funktionieren ich weiß nicht ob die hygiänen viel platz brauchen jetzt mal hier das das gehege hin haben wir jetzt mal äh löwe weibchen ich brauche einfach ein weibchen wo ist das problem wo ist das problem wo Platz nö was können wir denn hier für für tiere reinpacken ähm alle tiere im letzten was können wir jetzt da reinpacken grisly haben wir zebra wolf ähm zebra das haben wir das haben wir das haben wir batte schweine haben wir okay elefanten bräuchte wir noch oder die kosten wieder arschvoll geld okay okay gut jetzt war hier das gehege hin wo dreist man halt einfach ab jetzt ist ja auch nicht so tragisch jetzt ist ja auch nicht so tragisch wie sagen wir einfach wir schmeißen dich hier rein so timber wolf gar keine frage hier ist ist hint rückzugsort muss nicht schön sein muss nicht funktionieren okay äh hauen wir dich hier rein es hat alles schon mal besser funktioniert aber ich finde keinen weiblichen löwen ähm okay gut äh gehege wir machen das einfach raus hammer hammer zack zack vielleicht das wohlbefinden haben wir gleich geschafft äh jetzt wollen wir jetzt die Hygiene rein jetzt immer das gehege wird groß genug sein weiblichen löwen ähnlichen ja ist natürlich ein bisschen sehr wird der passen er wird bildungswert geht ja von alleine hoch eck ähm ähm da hin eine Viertelstunde aber wie schon gesagt wahrscheinlich werden wir das noch einmal neu starten müssen wenn wir keine Löwin haben dann ist das ganze Thema ja sowieso durch eine Viertelstunde wir müssen noch mehr Essen und Getränke bauen ok wir brauchen Fleisch wir brauchen Wasser wir brauchen irgendwas zum unterlegen hier für euch einmal wahllos alles was haben wir denn an Hyennen haben wir 10 Tiere Veterinärforschung ok hätten wir das keine Geldautomaten ok so einmal hier wenn wir halt irgendwas hier hinsetzen ein Klo wäre noch ganz witzig ja so Mitarbeiterbereich zack wo denn die kriegen Wohlbefinden oh Essen und Wasser äh Tierpfleger wo ich mir jetzt auch gerade so kaufen da hin äh zack 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 haben wir eigentlich gleich erstmal einmal neu starten so äh eigentlich hier noch das können wir noch rein holen so Filter zurücksetzen hier haben wir das haben wir das haben wir das haben wir da war irgendwas was erschwinglich ist ja jetzt kommen die ganzen Löwen ähm könnten wir ja eigentlich mal was testen jetzt kommt die Kohle rein äh ja ja das wird haben wir nur eins können wir uns gerade nicht leisten schwierig also ganz kurz warten ähm das ignorieren wir jetzt erstmal Alpha wegen was Alpha habe ich mehrere Männchen drin ach Status ok dann holen wir uns erstmal einen raus jetzt sagen äh 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 eine Zentrum gute Weise das geht mhm Gäste kommen Bildungswert kommt auch muss ja sein ich weiß nicht ob wir das schaffen 11 Minuten ok kein reichbaren Mitarbeiterraum das lässt sich doch ändern ähm haben wir einen großen Mitarbeiterraum oh ne gut Holzbereich zack zack Medizinische Behandlung ok Müll vorhanden ach du Heiland stimmt da war ja was da war ja was einfach irgendwie irgendwo hinsetzen gut so wir müssen jetzt irgendwann bei den Tieren mal reingucken ein Löwen kann ich mir nicht leisten ähm von mir ist auch Katas das würde mir auch egal oder Varis aber Varis sind teuer irgendwas was ich was erschwinglich ist so gut wo ist dieser Bahnhof ich muss da jetzt 1,2 Kilometer bauen Bildungswert jetzt für ähm ähm gut kann man das damit hochpeitschen ist eigentlich auch egal weil ich kopiere das und haue das noch 20 mal ne auch Spiel die fuck von zu er kommt und 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 da ist ja kein Strom ne so richtig so aber jetzt ist halt für mich erstmal die Sache da reinkommen in dem Level ich bin denen schon echt den schlimmsten Level weil du musst auf ein Tier hier angewiesen 85 Prozent welches Tier geht es nicht gut Löwe ähm Löwe soll ich jetzt Gelände beten beten äh krass lang und ein bisschen Fels gut sag jetzt geht es euch gut gamesquill mit Futterspielzeug soll ich euch hier einfach reinsetzen das hat keine Auswirkung mehr schade mhm welches Ziel geht es noch nicht gut grisly grisly frisly hä siegetemperatur zu heiß ganzen das stört den ja nicht pflanzen ich erfülle doch eure das plant jetzt doch auf einmal wichtig haben wir katas aber wie ist das schon einen männlichen Kater? Nö So, gut, welchen Tieren geht es noch nicht gut? Schildkröten Geh mal hier Geh, 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 Galapagos-Schildkröte Da hin, da hin, da hin Das stimmt mit euch noch nicht Euch geht es gut Ja, 5 Minuten noch Ich bin hier drüber, das schaffe ich Mir fehlt halt ein Löwe Das kriegt man auch geregelt Gäste auf jeden Fall Mir fehlt ja halt noch ein Tier Wir gucken mal, was wir hinkriegen Was haben wir noch? Hat das zumindest ein Weibchen Ah, komm Aufnehmen, aufnehmen So Viel Spaß Gut, das haben wir Mir fehlt halt noch der Löwe, ne? Ähm Rüsseli haben wir Löwe haben wir Hier fehlt mir noch ein bisschen Bildung Aber für den Ein Schuss mal zwischendurch Hat das schon echt ganz gut funktioniert Oh, ich hab nen Löwen Ähm Zack, jetzt machen wir noch eine Runde Marketing Zack Marketing 25 25 20 Bildungswert, glaube ich, schaffe ich nicht ganz, oder? 3, 8 3, 8 Hier ist verstorben Das ist durchaus schaffbar Immer Wolf Immer Wolf Okay Ähm Jetzt kommen wir irgendwas Kilometer Ne, Strecke bearbeiten Komm Ich bin bearbeiten Jetzt geht das Gemüse hier schon wieder los Ich werde wahnsinnig Ne, überarbeiten Auto vervollständigen Ne Ich krieg nichts Ding hasse, ne? Ich hasse diese scheiß Fahrgeschäfte Ne Jetzt wollen wir noch nicht mal die Räume wegreißen Alles wegreißen muss, ne? Schaffst du es? Schaffst du es? Komm Oh Kein Strom Ähm Ähm Bitte, bitte, bitte So Raus Schlossen So Normaler Weg Oh komm Länge Länge Ähm Ne, hier lang Reicht das von der Länge? Reicht das? 900 irgendwas Meter Nein Das reicht noch nicht Aber Wir werden jetzt eh neu starten müssen Aber es war knapp Wir hätten es fast geschafft Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis denn Ciao